die Leute sind ja so geil auf Bands, ich hoffe die lassen Odin offen ok auf jeden Fall hat er schon 1000 Stunden zusammen also Warlock, warte was habe ich noch, Bahn, du willst dein Odin, also lasse ich dein Odin frei, aber dafür war nicht den Hebo, ja ja, wenn du bin ich nimmst ja, ne, wenn ich Odin picke, dann können die ihn picken, ja, wenn ich Odin picke, dann werden die ihn aber, äh, countern, nimm einfach irgendwas, was es Kaper, dann ist Odin useless, ich muss nicht sagen, so oft wie du manchmal deine Holt hast, warte es einfach bis sie einen Jumpy und Dersh alles raus haben, alle 40 Sekunden, außer dein, dein Odin, aber pick mal nicht Odin, pick mal trotzdem nicht Odin, dann picken die den, trust me, ok, bist du dir sicher, ich bin mir sicher, ok, dann pick, weil ich spüre das in meinen Nippeln, ah, du spürst das in deinen Nippeln, ach, ok, sie werden steif, ja Odin ist halt mein Main, ne, also Odin spiele ich halt, einer meiner Lieblingsgötter, Odin ist jetzt irgendwie voll bei, bei den Lieblingsgöttern mit rein gerutscht, ja, das Ding ist, das meine ich halt, hui, je, ah, das war so klar, ah, no problem, ah, du hast den early damage, den brauchen wir einfach, ja, kommt drauf an, was jetzt dieser Wunder, Zwunder, irgendwas, ok, ich hab ihn seinen Plan geklaut, ja, gib mir mal sein Blatt Papier, oh, Nox, ähm, was jetzt gut ist, gegen, Nox, kommt bei dir nicht raus, ok, die haben noch kein, irgendwas, du musst Hunter nehmen, Bruder, Kyron ist open, ich würde an deiner Stelle auch Schäber dann nehmen, so wie ich vielleicht, oder so, warte, was soll ich bannen, äh, weiß ich nicht, Digga, ich hab keine Ahnung, was jetzt noch OP wäre, ja, ich glaub nicht, dass die Gap picken, aber Gap ist, ja, Gap ist ein guter Bun, Digga, Gap würde ich wegmachen, Gap ist AIDS, Alter, oder Ymir, ne, Gap, Ymir ist egal, mit seinem bisschen CC da und dem Freeze, das stört mich nicht, was soll ich dir, Schäber? Warte, etwas, Kyron ist noch open, ja, Kyron finde ich halt nicht so gut, ich selber, also ich persönlich, ich finde halt, in dem Modus hier ist, ist Schäber halt echt überkrass pervers, weil der Dot-Damage-Heil ist halt, die ganze Wave wird halt gedeckt, ne, oder Medusa ist halt extrem gut, aber, du weißt, ich rede immer nur, ne, nimm, was du am besten willst oder kannst, was mit Ulla? Ja, oder Cupid? Kannst du auch machen, bleibt dir überlassen, so wie du willst, das Gute ist, er hat jetzt Kumba gepickt, er kommt sehr, sehr schlecht in die Backline, ich komme viel besser rein, weil ich den Jump hab, was soll ich dir picken? Ja, ich glaub, Cupid. Ja? Naja, wir brauchen seinen Gold. Sure? Ja, sure. Sure, sure? Salah. Walah. Okay. Cupid has limit! Gibt mir mein Odin, Digga. Odin. 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 Ich liebe Odin, aber er hat keine guten Skins. Ich finde seine Standard-Skins am besten. Die hier zum Beispiel. Sieht einfach viel besser aus als die ganzen anderen. Er pickt Zeus und weiß nicht, was er bilden soll. Ich gebe denen keine Tipps, weil ich spiele Pen-Boots und Spear of Magos als erstes. Ich rush immer die beiden Items. Okay, Nox ist schon mal eins. Das Ding ist, die haben Platin, Platin, Diamond. Wir sind Diamond, Diamond und haben den Nichts-Notes, Alter. Das ist immer das Gleiche. Das ist einfach immer das Gleiche. Ich hole aber als erstes dieses Mal Blink. Was soll ich holen? Blink oder lieber Curse? Ja, ich nehme Curse als erstes. Scheiß drauf. Nein, ich baue auf jeden Fall. Ich baue aber das Attack-Speed-Bit, weil das ist effektiver. Bau, was du willst. Bau, was du willst. Das Attack-Speed-Bit ist sowieso gerade effektiver als diese Crit-Kacke und so. Ne, dieses Transzendenz-Bild, Alter. Dafür braucht man einfach zu lange, um das zusammenzustacken und so einen Scheiß. Habe ich einfach gerade Team Bock. Du sollst doch nicht rumwinken. Nicht sorry. Ja, müssen wir nicht lassen. Oh, no. Oh, no. Nicht nicht anfangen. Ne, wir machen das so wie immer. Curses. Loll. Ah, schade. Ich habe gedacht, sie geht ein Stück vor. Ne, ich habe gedacht, sie geht halt ein Stück vor. Oh, no. Sagt er das bei Death's Too Bad? Ja, ne? Der... Zeus kann man ruhig die Wave cleanen, ja. Ja, ich kann nicht reinjumpen. Das ist zu viel CC. Die würden mich... Oh, oh, RIP, Digger. Nix, Rappi. Rappi? Rappi, Rui, no. Der CC ist schon schlimm. Oh je, ist halt einfach so ein Potato ADC, Alter. Ohne Witz, Mann. Das ist halt so skilllos. Dieser Gott ist so skilllos. Ah, können wir nicht. Retreat. Können wir nicht. Wir können. Ah, er hat ihn gekriegt. Nice. Ah, er muss weg. Ich habe ihn fast gekillt. Wir haben BAP. Ja, ja. Ich habe Huyé fast gekillt noch. Und das ist das, was ich meine. Wir können den Bluba von denen machen. Pass auf, die kommen zu dir. Nox, geht weg. Retreat. Vielleicht habt ihr welche ult? Ja, ich komme auch nochmal mit. Kann ich den haben oder brauchst du den? Für mich wäre halt optimal, ne? Du hast zu viel Mana verbraucht. Bei mir geht das nur. Digga, immer dieser Buff, der immer in der Popperze von dem Tief feststeckt. Und man sieht den dann nicht, weißt du? Ich fange jetzt erstmal an, auf Physical Death zu gehen. Weil Huyé tut einfach zu weh. Ich gehe auf Restplate als erstes. Dann gehe ich auf Joachins, damit ich voll Cooldown habe. Und dann fängt der Spaß auf Level 12 an, wenn ich dann Blink habe und so einen Scheiß. Da fängt der Spaß richtig an. Pass auf, Digga. Die wollen dich, ne? Ich gehe weg. Okay. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Have fun. Er beatzt, alter. Das Ding ist, wenn ich reingehe, kann Nox und Kumba nicht raus. Nuhuyi kann rausjummen, aber er kann natürlich rein ulten. LOL. Hast du den Bug gesehen? Ja, aber du kannst ihn wieder raus. So, jetzt müssen wir eigentlich rein. Ja, okay, Nox ist drinnen. Sie kann nicht raus, Nox ist drin. Ja, he's ripping. Nice. Raus. Ich pass auf, ich pass auf. LOL. Ich hab ihn, ich hab ihn unten. Ich hab ihn unten. Ja, ich kill ihn. Dieser kleine Bastard, alter. Okay, be right back. Ja, das Ding ist, Nox hat jetzt sich catchen lassen. Sie hat das... Ja, 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 ja. Ja, ja. Nächstes hier. Ja, Schild OP, Dinger. Das Schild ist echt OP. Von Odin. So hat die Hara heute raus. Ja. Das heißt, sie hat kein CC mehr oder irgendwas, wo sie rausgehen kann. Ihr Aegis hat sie auch benutzt. Nee, ihr Beats, als sie da im Cage war. Das heißt, sie hat einfach nichts mehr ab jetzt. Nichts. Attack, wenn die da sind. Ja, rip. Rip. Sie kann halt einfach null machen. Warte, ich muss aufpassen. Ding Zeus. Und er muss halt. Entweder er springt weg, der Huji, oder er kriegt halt einfach 400 bis 500 Schaden ins Gesicht. Ah, knapp. Pass auf, ne? Lass dich nicht treffen. Ja, lass dich nicht treffen. Warte, warte. Ich hab in 10 Sekunden wieder... Oh, relax. Retreat. Lass uns einmal back in. Oh, no. Oh, no. Yo, attack, middle lane. Ja, nice. Ich komm auch, ich komm auch, Bruder. Ich komm. Kumba, können wir killen? Kumba, können wir killen? Ah, Kumba, ult down. No, der stirbt, der Bastard. Nice. Ja, was willst du denn, du Lappen? Du Diamond möchte gern spielen. Ja, ja, spring mal. Deine Hunde-Sohn. Ja, die Oldie war useless. Lass mal unseren Buff machen. Ich brauch Buff. Boah, meine Stimme, Digga. Da hast du doch Angst vor mir, ne? Da gibst du den doch freiwillig ab, oder? Naja. Er hat so eine Stimme wie ich. Enemy spotted, da hinten. Warte, bis ihr wieder da seid. Ich hab, äh, Jotuns jetzt ab. Das heißt, ich geh gleich kurz back, dann komm ich wieder und dann ult ich nach der Wave. Yay! Okay, jetzt hab ich, jetzt hab ich, ich hab, wie gesagt, Ulti wieder ab. Ich geh als nächstes auf Magic, eigentlich brauch ich gar nicht auf Magic Resist gehen, weil die Nox bis jetzt überhaupt nichts Gefährliches macht. Wenn ich ehrlich sein soll. Sie hat leistet Schwierigkeiten, irgendwas zu treffen. Okay. Okay, ich hab sie getroffen. Ich geh auf Huyi. Okay, Kumba. Keine gute Idee. Hm. Das war scheiße. Das Problem ist einfach, dass sich der Zeus immer catchen lässt. Na, grad dieser Fight, wir sollten nicht auf Kumba uns konzentrieren. Ja, ich hab eigentlich gedacht, dass die Dings nach hinten weg geht. Deswegen. Weil die hat mich, die Alter hat mich gecatcht. Ich hatte keine Beats, Kumba ult, und dennoch bin ich in seinem Ult runtergefallen. Das war ziemlich ungeil. Ach, gib's dazu. Ist das doch geil. Hab ihn. Was? Hast du den Buff wieder gesnackt, alter? Nice. Ja, wir klauen halt das dritte Mal haben wir jetzt den Buff geklaut, oder? Zweite oder dritte Mal, ne? So, das zweite Mal. Glaube. Nice. Ja, komm, wir machen ihn jetzt einfach. Ja. Er hat gesessen. Ja, endlich. Danke. Das Ding ist halt einfach, dass, äh, weil wenn er jetzt vorne ist und Huyee ist eh weg. Geh raus wieder. Lol. Lol, jetzt wreckt ihn, alter. Nice. Das war einfach sein, sein Bad, alter. Das war richtig schlecht gespielt von ihm, man. Die Nox ist gierig, hoffentlich. Die Nox ist allgemein gierig und schlecht am Spielen. Also die Nox ist bei denen der Schwachpunkt, aber Hardcore. Ähm, ich hab gleich wieder Dings. Ich hab gleich wieder meine Sachen alle. Ja, ich hab Ulti schon wieder ab. We need Wards jetzt, aber, ne? We need Wards. Warte ab. Am nächsten Wards kann ich's machen, weil jetzt hab ich Quin Size. Ich glaub, ich will mir denn am Ende noch einmal Bullwock. Mach mal, mach mal Yes und Yes. Also, ich glaub Awesome und Yes. Yes, yes. Have fun. Guck mal, ich mach das mit Absicht, damit er irgendwas versuchen rauszuholen bei denen. Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Oh, lol. Er hat seine Ulti gemisst. Have fun. Ne, der kann dich sehen, Hase. Er sieht dich. Ach ja. Leg den Dot vorne drauf. Weißt du doch. Soll ich rein? Ja. Ich mach Dauer. Scheiß drauf. Ja, ich mach Ult. Ja, die Nox kriegt Schläge. Ich brauch Hilfe. Ich brauch Hilfe hinten. Ich hab in zwei Sekunden meinen Jump. Ja, Hui, kriegt mich nicht. Hui, kriegt mich nicht. Komm. Schade. Retreat. Nicht greedy werden, Bruder. Ich geh Warden. Ich geh Warden. Komm, fight me. My Raven shall feast on eyeballs and entrails. Retreat. No problem. Nox hat Silence gemacht wieder. Sie hat ihren zwei gerade genutzt. Kumba ist da vorne. Hat er Wards? Nein, hat er nicht. Ich hör Wards. Ja, ja, ich hab auch schon nach ihm gestellt. Kumba hat eh keine Wards. Ich hör mal, Egas, oder? Oder Curse? Ne, ich hab Curse. Ne, ich hab Curse, Bruder. Oh, du Sprint oder sowas. Hab schon gehört. So. Pass auf, ne, ich bin weg. Ich bin hinten Buff machen, Hase. Diggi. Ne, ich weiß. Ich möchte nicht, dass du stirbst. Follow me. Attack. Jo. Ja, ich hab nur Kumba erwischt. Egal, komm, töte ihn einfach. Dream is collapsing. Ja, lass mich mal die Dinger nehmen. Okay, komm, rauf auf Nox. Okay, er musste beatzen. Beat is down. Retreat. Ist ja nicht so schlimm, aber beat is down von ihm auf jeden Fall erstmal. Das Ding ist, Nox hat gebeatzt. Huyi hat gebeatzt. Ich hab jetzt, äh, äh, Dings ab. Link. Ich hab ne Freundschaftseinladung von Snideflash bekommen. Da ist Huyi. Geht da hin. Ball auf. Die haben keine Wards, ne? Ich hab, ich hab Dings ab, ne? Äh, warte mal, wenn die jetzt da bleiben, blinke ich rüber. Warte, die kommen von den. Los, rauf, 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 rauf. Kumba hat nichts ab. Ja, Kumba stirbt wieder. Hier, Kumba bei mir. Kumba hat 3-Kill, Digga. Kumba hat geultet. Lex. Ja. Ja, er hat seinen Dashdown. Nice. Nice. Was ist los? Krieg ins Griff, Mann. Krieg das in den Griff. Retreat. Kommt gleich wieder. Ich werd mir jetzt, äh, Mantel, Mantel of Discord kaufen, ne? Dass ich, äh, wenn ich, äh, low on health bin, gestunt, also dass die gestunt werden. Was ist los? Ich hab Nox. Ich hab Nox. Ich hab Nox. Bin unterwegs. Die kommen alle. Nox braucht zwei Basic-Attacks. Okay, Huji ist hier alleine, dann rauf auf ihn. Ich geh rein. Ich geh rein in ihn. Nice, er hat geultet. Er hat den Dings geagroht. Ja, ist down. Okay, rauf auf ihn. Warte, ich hab ihn geultet. Ja, rip. Ripperino. Ulti, ulti. Nice, Zeus hat sie abgefangen. Boah, ja, da musst du tanken, ne? Ich brauch Leben. Ich brauch Leben, Dinger. Ah, GG. Nice. Retreat. Okay, mein Ping ist wieder alles normal. Okay, gut, Bruder. Nice. Das ist das, was ich hören wollte. Ach, scheiße. Das Ding ist, ich hab ja auf dieses Mantel auf Discord 15 Cooldown. Das ist kacke. Weil ich kann nur 40 Cooldown machen, aber ich will die passive von der Fähigkeit haben, weißt du? Dass ich die Gegner stunne halt. Wenn sie... Ja, ich glaub, ich verkaufe das dann wieder und geh auf Dings. Boah, Alter. Ich werde den Führer noch auf das Ding, ja. Guck mal. Guck mal zu treffen. Ja, du leckst aber trotzdem noch. Du leckst immer noch. Jetzt geh ich wieder den Führer. Du kannst trotzdem spielen noch, oder? Ja. Geht's wieder? Ja, ja, bei dir, ja. Jetzt geht's wieder. Ja. Lass uns einfach den Fenix machen. Ja, er hat ein Ulti raus. Ulti raus. Nice, mach den Fenix. Ja, nice. Retreat. Oder? Ich brauch Heal. Ich brauch Heal von dir, Digga. Nice. Ich hab Ulti in 4 Sekunden. Wieder ab. So schnell. Ja, ich denke, er hat 30 Sekunden Cooldown nur, oder so. Okay, warte, go. Auf Nox. Ah, komm. Mach jetzt einfach den Fenix. Mach jetzt den Fenix. Den Fenix. Attack. Na, komm, GG. Nice. Mit Flagsalber. Danke für's Zuschauen, YouTube. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss, bis dann. Tschüss, bis dann. Tschüss, bis dann.